Kinder schnell und unkompliziert für das Spiel mit Ball und Schläger zu begeistern, dafür ist Low-T-Ball bestens geeignet. Eine einfache Vorstufe zum Tennis, der perfekte Einstieg und vor allem macht es großen Spaß. Der Aufbau ist ganz leicht, mit einer Low-T-Ball-Anlage oder alternativ mit Langbänken. Die Spielidee ist ganz simpel. Ein großvolumiger Ball wird dabei unter dem Querbalken durchgespielt. Er muss immer mit nur einem Schlag in die gegnerische Hälfte gespielt werden. Angabe hat immer derjenige Spieler, auf dessen Hälfte der Ball liegen bleibt. Zählweise, ganz einfach wie beim Tischtennis, wer als erster Sieben erreicht hat, hat gewonnen. Als Vereinfachung kann der Ball zunächst immer erst mit dem Schläger gestoppt und dann zurückgespielt werden. Auch das Doppelspiel ist möglich. Die Kinder spielen wie beim Tischtennis immer abwechselnd oder jedes Doppelpaar hat zum Beispiel nur einen Schläger zur Verfügung und muss nach jedem Schlag den Schläger an den Mitspieler übergeben. Auch der beliebte Rundlauf ist möglich. Bis zum Schluss nur noch zwei Spieler übrig sind. Selbstverständlich kann man den Ball auch über den Balken spielen. Beim Low-T-Ball können alle mitmachen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Keiner wird ausgeschlossen. Die Auge-Hand-Koordination wird bei den Kindern besonders trainiert. Es entwickelt sich ein erstes Ballgefühl und es sind bereits taktische Elemente aus der Sportart Tennis zu sehen, wie defensives und aggressives Spiel, sowie das Winkelspiel. Low-T-Ball-Anlagen stehen in jeder unserer Tennisregion zum Ausleihen zur Verfügung. Außerdem befinden Sie sich auf unserem TNB-Tennis-Mobil, welches über unsere Website für Aktionen gebucht werden kann. So, jetzt kann es losgehen. Also, auf die Plätze, Tennis, los!